Pyropol, was wird jetzt gleich gezündet? Jetzt zünden wir richtig nice kubische Kanonschlagsraketen. Genau, von Pyroland. Was sehr feines hier. BKS, NEM 12 Gramm pro Rakete. Das ist natürlich schon einiges. Bist du auch schon so gespannt wie ich? Ja, absolut. So, wir haben uns jetzt mal hier eingefunden. Sechs Stück haben wir jetzt hier mal rapiert. Ja, mega heiß. In dem Schimpf-Yupili-Kasten aus Belgien. Ja, die Kappen waren ein bisschen schwer zu entfernen, aber dann freuen wir uns natürlich jetzt umso mehr auf den Effekt. Alter. Die sind gut, die sind richtig gut. Wie ein Polenböller in der Luft. Richtig schön gut und laut. Und wie man sieht, schön der Rauch hier. Auch trotz des Gewichtes ist das ein schön schneller Aufstieg, muss man sagen. Alter. Fingerhallen geil. Ja, das ist auf jeden Fall der Prämie. Machen wir noch eine einzelne, dann zwei auf Schlag, oder? Ja. Tobi eskaliert. So, jetzt zwei auf Schlag, auf Schlag. Fingerhallen zwei, dreimal hier im Dorf. Das ist sehr hammer. So, zwei auf Schlag. Nulls. Boah. Ja. Absolut geil. Kaufempfehlung. Lohnen sich. Ja. Und es regnet Asche. Das ist ein Kubifetzen. Ja. Es regnet Kubifetzen. Ja. Ja. Kaufempfehlung. Herrliches Ding, auf jeden Fall. Ja. Sehr nice. Genau. Kann man sich mal gönnen, ne? Ja. Und dann bis zum nächsten Mal. Lulz! Ja. Und dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.